Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video nehme ich dich so einen halben Tag bei mir mit. Ich zeige dir so ein bisschen, wie ich das Chaos behebe, wie ich die Zonereinigung mache, so ein bisschen die Routinen nebenbei laufen lasse und auch schon die Kisten packe für unseren bevorstehenden Umzug. Sollte dich das Thema interessieren, bleib gerne dran. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr wisst, beginne ich ja meistens morgens in der Küche mit der Raumrettung bzw. jeden Raum mit 5 Minuten Raumrettung und heute habe ich in der Küche begonnen und habe mir gedacht, dass ich direkt dabei auch die Zonereinigung vollziehe. Die Zonereinigung ist ja die Tiefenreinigung nach der Flylady Methode, das heißt, da gehen wir so ein bisschen mehr an die Substanz und für den heutigen Tag habe ich mir vorgenommen, einmal den Fliesenspiegel zu reinigen. Ich habe aber auch gleichzeitig den Wasserkocher einmal gereinigt und entkalkt, das war jetzt auch mal wieder an der Zeit und ich kümmere mich einfach so ein bisschen um die Sachen, die ich jetzt nicht so tagtäglich auf dem Schirm habe. Je länger man im System ist, desto schneller geht auch die Zonereinigung von der Hand, weil natürlich auch nicht mehr so viel alter Schmutz ist, den man runterholen muss und dann geht das Ganze wesentlich schneller. Also jetzt der Fliesenspiegel ging wirklich relativ zügig, da war jetzt nichts groß zum Schrubben. Ich habe das Ganze trotzdem noch mal vor allem auf der Herzseite noch mal mit einem Fettreiniger eingesprüht und habe den Fliesenspiegel abgewischt, kümmere mich jetzt schnell noch um den Trockner. Also ich versuche jetzt so ein bisschen die Morgenroutine mit dem Wäsche waschen, der Wäsche und der Zonereinigung, alles so ein bisschen miteinander zu kombinieren, die Raumrettung. Also es läuft jetzt gerade einfach alles so in der Küche bei mir ab. Meine Tochter ist gerade in der Kita und ich nutze einfach jetzt gerade die Zeit und habe mich dann als nächstes um meinen Hotspot in der Küche gekümmert. Und zwar habe ich hier in der Ecke so einen Hotspot-Bereich, da landet so alles an Papiermüll, Kartons und so weiter. Und die habe ich jetzt erstmal alle weggeschmissen. Diese Ecke ist sowieso so eine Notlösung gewesen aufgrund von Stauraumproblemen. Ganz zu Anfang hatten wir da noch so Vorratsgläser zu stehen, das sah optisch noch ein bisschen netter aus. Zwar auch nicht optimal, aber ein bisschen netter. Irgendwann und nachts um drei sind uns dann mal, ist uns der Regalboden abgeschmiert und die ganzen Gläser sind auf dem Boden geknallt und alles ist zerbrochen. Und seitdem haben wir das Ganze jetzt ausgetauscht in Körbe. Aber ja, es ist immer noch nicht ideal, aber trotzdem, es erfüllt seinen Zweck. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal die Körbe durch, da habe ich jetzt zum Beispiel Tees. Da gucke ich nochmal nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum und entsorge alles, was jetzt zum Beispiel schon abgelaufen ist. Wische auch nochmal die Regalböden ab und versuche einfach, das Ganze nochmal ein bisschen netter fürs Auge zu sortieren. Was vielleicht noch für den einen oder anderen von euch interessant sein könnte, in meinem Etsy-Shop gibt es im Moment eine Rabattaktion, also vor allem auch auf die Flylady-Checklisten, wie zum Beispiel auch Zonenreinigungslisten, aber auch auf das gesamte Kontrolljournal, wo ja auch die Zonenreinigungslisten mit drin sind, die Tagesroutinen, aber auch Essenspläne, Passwortmanager und so weiter. Also da ist ganz, ganz viel mit drin, 27 Seiten insgesamt. Falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr sehr, sehr gerne in meinem Etsy-Shop vorbeischauen. Link und so weiter findet ihr wie immer in der Infobox. Ansonsten würde ich auch gerne als Dankeschön an meine liebe Community unter den kommentierenden 10 dieser Kontrolljournale verlosen und diese euch dann kostenlos digital zusenden. Dafür müsstet ihr mir nur irgendwie einen Wink geben, dass ihr halt auch Interesse an das Kontrolljournal hättet. Kommen wir jetzt aber wieder zurück zum Putzen. Also ich muss sagen, ich war sehr zufrieden, ich habe wieder relativ viel geschafft und es ging auch wirklich super von der Hand, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe jetzt tatsächlich 15 Minuten gebraucht, habe jetzt nochmal schnell den Trockner und den Kühlschrank oberflächlich gewischt. Nicht perfekt, aber trotzdem besser, als wenn ich es gar nicht gemacht hätte und kümmere mich als nächstes um die Wäsche. Ich schmeiße ja morgens immer direkt eine Maschine an. Das ist bei uns auch ganz gut mit der Haushaltsgröße, passt das. Das ist ja auch ein Vorschlag von Flylady, dass man das morgens machen soll und verräume dann halt mittags direkt, nachdem der Trockner gelaufen ist, halt die Wäsche. Beziehungsweise ich falte sie immer erst zusammen und ich kümmere mich auch jetzt direkt um die 5 Minuten Raumrettung, damit einfach das Wohnzimmer auch wieder in Ordnung aussieht. Wir hatten ja früher hier, wo diese Malm-Kommodo steht, eine Kinderküche zu stehen. Das war so die Spielecke. Das sah immer sehr unordentlich aus, war zwar nett für die Kinder, aber nicht wirklich schön fürs Wohnzimmer, beziehungsweise es sah halt wirklich immer sehr unordentlich aus. Und wir haben uns ja dann irgendwann diese Malm-Kommode angeschafft. Darin sind so die Kinderspielsachen, die sie halt gerne immer ins Wohnzimmer bringen, auch so Malutensilien, also Sachen, womit ich die halt auch kurz beschäftigen kann. Und ich finde das sehr vorteilhaft, weil ich kann die Sachen schnell verräumen und aufräumen und es sieht dann halt wieder ein bisschen ordentlicher aus, gerade wenn die Kinder halt eine Spielecke im Wohnzimmer haben. Was ich auch immer gerne befolge, ist, dass ich den Raum nicht mit leeren Händen verlasse. Also ich nehme mir immer irgendwas mit, was ich in einem anderen Raum verräumen kann. Ich nehme in dem Fall zum Beispiel jetzt Geschirr und Müll. Außerdem habe ich jetzt die Entkalkerlösung, die ja im Wasserkocher schon einmal durchgelaufen ist, nochmal in eine andere Kanne gegeben und wische diese auch nochmal mit dieser Entkalkerlösung aus, beziehungsweise lasse dort auch nochmal die Flüssigkeit einwirken. So habe ich auf jeden Fall die Lösung doppelt genutzt. Und jetzt ein Beispiel, warum es so schwierig ist, mit Kindern zusammenzufilmen. Mein Sohn hat nämlich von hinten direkt schon wieder an meinem Stativ gezuppelt und dieses ist runtergefallen. Und ja, das macht es halt schwierig, gerade jetzt auch in Anbetracht unserer Umzugsvorbereitung, schleicht sich immer mehr Chaos ein. Wir fangen an, schon gewisse Möbel abzubauen. Hier stehen Kartons rum. So langsam wird es chaotisch. Und da ist es natürlich noch schwieriger, mitzufilmen. Aber ich habe jetzt versucht, euch wenigstens so einen halben Tag so einen kleinen Einblick sozusagen in unseren Ablauf zu geben. Ich wische ja täglich auch die Tische, also gerne morgens eigentlich direkt. Jetzt haben wir vormittags, aber es muss auf jeden Fall morgens und abends einmal gewischt werden. Und früher hatte ich ja da auf der Kommode auch ganz viel rumzustehen. Das hat sich jetzt auch gelöst. Also ich finde es jetzt auch so leer auch nicht unbedingt schön. Eine kleine Blume oder eine Pflanze könnte da schon stehen bleiben. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher geworden, seitdem ich wirklich diese Ratschläge befolge, zum Beispiel auch nicht mehr so viel Schnickschnack und Deko rumstehen zu haben. Fürs Putzen ist das auf jeden Fall wesentlich einfacher. Weil mittlerweile mache ich auch das Staubwischen gar nicht mal beim Homeblessing, sondern ich gehe da auch täglich bei der Raumrettung schon durch oder drüber und kann dann halt schon Staubwischen ganz nebenbei. Jetzt ist der Punkt gekommen. Mein Sohn ist müde. Ich bringe den mal kurz schlafen und kümmere mich jetzt um das Swish and Swipe im Badezimmer. Das ist ja wirklich mein Lieblingspunkt von der Flylady-Methode, wie ihr alle wisst. Ich finde, das macht so den größten Effekt. Das macht so viel aus, zwei Minuten am Morgen oder am Tag sich Zeit zu nehmen, um das Badezimmer kurz zu wischen. Und damit hat man einfach wirklich immer ein sauberes Badezimmer. Ich benutze ja dazu immer am liebsten meine Fensterputztücher. Mittlerweile halt nicht nur für Spiegel und Fenster, sondern auch für die Fliesen, Armaturen, alles, was halt so an glatten Oberflächen ist. Ich brauche dafür keinen Reiniger, sondern einfach nur Wasser und alles geht streifenfrei sauber. Also das ist wirklich so, die Errungenschaft schlechthin. Und ich glaube auch sehr, sehr nachhaltig, weil wir halt, wie gesagt, keine Reiniger dafür verwenden müssen. Ich reinige halt nochmal oberflächlich so die Regale und so weiter. Ihr wisst, man muss nichts hochheben. Einfach nur oberflächlich den Staub wegnehmen, so dass es auf den ersten Blick sauber bleibt. Und alles, was darüber hinausgeht, wird dann halt in der Zonenreinigung nochmal ausgiebig geputzt. Was ich jetzt natürlich noch mache im Zwischen-Swipe, was sich ja auch gehört nach Flylady-Regeln, ist halt, dass man nochmal die Toilette putzt. Und dann auch schon das Zwischen-Swipe für den heutigen Tag erledigt. Und ich finde, das macht wirklich so viel aus, weil das Badezimmer einfach immer sauber und ordentlich aussieht. Eigentlich nicht nur aussieht, sondern auch letztendlich ist. Heute auf jeden Fall noch ein paar Kisten packen. Jetzt, wo mein Sohn schläft, kann ich das jetzt auch ein bisschen in Ruhe machen, im Kinderzimmer vor allem. Ich hatte hier in der Ecke schon ein paar Sachen hingefeuert, wo ich wusste, da muss ich nochmal drüber schauen, ob die Sachen überhaupt noch passen oder nicht. Das mache ich jetzt. Ich sortiere jetzt die Sachen, die zu klein geworden sind, aus und lege jetzt die anderen Sachen wieder zurück in die Kiste. Ich möchte einfach schon ein bisschen ausmisten, bevor ich sozusagen die Kisten packe. Wobei ich schon auch schon dabei bin. Also der Umzug steht jetzt in sieben Tagen an. Wie ihr seht, es steht noch alles rum. Wir sind nicht wirklich weit gekommen. Mein Mann muss halt die ganze Zeit arbeiten. Er kann sich da jetzt auch keinen Urlaub nehmen oder frei machen. Und ich mit zwei Kindern, Haushalt. Und was so alles ansteht, komme einfach auch wirklich nicht voran. Also es ist im Moment sehr, sehr anstrengend und stressig, aber die Vorfreude überwiegt auf den neuen Lebensabschnitt, auf jeden Fall in der neuen Wohnung. Nichtsdestotrotz ist es doch mehr Arbeit, als man sich so denkt. Also mein Mann ist da noch viel optimistischer, fast schon naiv in der Art, wie er denkt. Ja, ja, das ist ja irgendwie in zwei Tagen gemacht. Aber also das ist auf jeden Fall ein Trugschluss. Da steckt auf jeden Fall viel Arbeit dahinter. Und das ist so viel Kleinkram, Krimskrams. Also wirklich, das ist schon Wahnsinn. Und ich habe echt schon viel im Vorfeld aussortiert. Und ihr werdet auch noch in meinen nächsten Videos sehen, was da noch und noch und noch mehr wegkommt. Also es wird der Wahnsinn werden, wenn das mal nicht ein Container voll mit Zeug wird, den wir auch wirklich entsorgen. Also sollte euch das auf jeden Fall zukünftig interessieren, stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr den Kanal abonniert. Weil ich glaube, es sind immer noch 60% der Zuschauer keine Abonnenten. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann abonniert sehr gerne den Kanal, wenn euch meine Videos gefallen. Und ja, auf jeden Fall geht es denn jetzt in den nächsten Videos da munter weiter. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, was ich da noch weiter ausgemistet habe. Und ja, wie wir die neue Wohnung auch einrichten werden. Nun ist mein Sohn schon wach. Meine Tochter ist auch schon abgeholt und wir laufen jetzt nach Hause. Sie hat sich da zwei Toilettenpapierrollen mitgenommen aus der Kita. Mit denen möchte sie jetzt was basteln. Sie hat sich da schon was vorgenommen. Und ja, das Wetter ist heute auch wirklich herrlich. Also es ist zwar kalt, aber irgendwie finde ich den Himmel heute echt schön. Ihr wisst ja, wie es immer so ist. Im Winter in Deutschland sieht man selten mal die Sonne und blauen Himmel. Und das habe ich echt heute genossen. Jetzt mache ich schnell noch ein Reste-Essen. Ich habe Reis von gestern über und es soll jetzt einfach fix gehen. Und ich dachte, ich mache jetzt einfach daraus eine Reispfanne. Irgendwie war es mir jetzt auch zu schade, den Reis nicht weiter zu verwerten. Und ich dachte, ich mache da, wie gesagt, eine Reispfanne. Ich habe jetzt einfach mal noch eine Paprika im Kühlschrank gefunden, die jetzt auch so langsam aufgebraucht werden sollte. Mit ein bisschen Sojasauce, Eier und so weiter. Und da habe ich dann halt eine kleine Reispfanne gezaubert. War gar nicht mal so schlecht. Also kann man auf jeden Fall machen, besser als wegzuwerfen, definitiv. Ja, wir haben dann den Tag noch so ein bisschen ausklingen lassen. Wie ihr seht, ich habe da noch geschafft, drei Kisten zu packen. Meine Tochter hat da sich eine Röntgenbrille gebastelt. Und genau, wir haben den Tag dann noch so ein bisschen mit den Kindern verbracht, beziehungsweise ich konnte leider euch nicht alles mitfilmen. Und dann ging es auch schon ins Bett. Das war so unser Tag. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls wenn ja, freue ich mich auf jeden Fall über ein Abo, ein Däumchen, ein Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.